Ja, und herzlich willkommen zurück zu The Invincible, auf der Suche nach Dr. Gorski, wie er möglicherweise hier irgendwo sein könnte. Sieht ziemlich weird aus. Ein bisschen was von Palmen. Da kommt unsere Sonde nicht mehr mit. Luna? Das ist ein Bug. Steckt sie fest? Ich weiss nicht. Ich geh trotzdem mal weiter. Vielleicht kommt sie ja irgendwie hinterher. Ich habe gehört, dass die Unterschiede zwischen Past, Present und Future ist nichts, aber eine Persistent Illusion. Das ist ein Quart, richtig? Ja. Ich weiß nicht, warum es sich nicht so gut ist. Astrogator, Gorski ist nicht hier. Ich bin sicher, dass er weitergeht. Und wenn er wo ich glaube, er hat er, ist, dass er nicht mehr Kontakt hat mit dem Camp, als gut als Dragonfly hat. Also, wir werden wahrscheinlich auch mit Kontakt zu sehen. Possibly. Es ist nur ein Weg zu sein. Es ist deine Entscheidung, Sir. Bitte weiter deinen Weg. Wir müssen ihn finden. Du vielleicht verlierst einen anderen Crew-Member. Wenn du so. Dann, jetzt. Nein, ich will nicht. Ich kann nicht ihn. Es ist nur... Ich bin überrascht. Es ist unverständlich. Nur ein Fuhl würde keine Probleme haben. Woge Gorski in den Tunnel? Die Linie zerbrechen, aber ich verstehe. Ich werde dir wissen, Sir, wenn ich aus dem Tunnel komme. Jetzt müssen wir hier durch. Eigentlich hieß es ja, wir sollten davon fernbleiben. Das ist wahrscheinlich der Anfang, wie wir auf den Planeten gelandet sind. Ich bin bereits auf 12.000. Ich bin überrascht. 30 Sekunden bis zum Touchdown. Alles sieht gut aus. Überrascht? Überrascht das. Irgendwas müsste schief gelaufen sein. Alle Systeme funktionieren. Entschuldigung. 5.000. 10%. 10%. 10%. 10% 10%. 10% Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good. Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to Cap goes just as smoothly. I'm going outside. Visibility? 100% The dust has already settled. Was mit dieser Kapsel passiert? I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. I was afraid they might try to fly off. Which wouldn't be the best idea given the loss of communication with Dragonfly. What about that lander, Yasla? You think our people tried to fly away on it? I seriously doubt it. Looks like a bad malfunction to me. But I'm taking Hopper out of here. We can't afford to lose this lander too. Okay, right in the Richtung des Lagers. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time. That's normal. But now... Go ahead. What's bothering you? This lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. To go ahead. What if you're doing? We didn't want to change the door. To go ahead? Oh. Oh, what do you do? Oh, what do you do? What do you do? So ist es quasi ein Zeitsprung zurück. Und irgendwo dazwischen muss etwas passiert sein. Damit wir unsere Erinnerung verloren haben. Oh ja, sieht echt schön aus. Wir haben einen riesigen Planeten im Hintergrund. Wow. Wo sind unsere Leute hin? Die Karte haben wir zwar. Geh weit in Richtung Lagos, also nach rechts. Trotzdem schauen wir uns hier ein bisschen um. Haben wir Fahne von uns? Das ist die die Oceansbio-Sinosis. Das ist die Oceansbio-Sinosis. Das heißt, wo sie das Fisch genannt haben, richtig? Ja. Ja, einfach Richtung Lager, also nach rechts hoch Und dann haben sie also diesen Fisch gefangen Obwohl sie dann keine Lebenwesen haben soll Was schon ziemlich schräg ist Wenn man mich fragt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Städte-Extinct-Ecosystem ist nicht eine Priorität in diesem Scenario. Das ist eigentlich negligible. Das ist wahr. Nur, außerhalb von uns die Crew安全 ist, ich habe auch akademische Probleme. Das ist komplett verstanden, Doktor. Aber wir müssen auf die Missionen focussen. Es hat die höchste Priorität. Always. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or in a completely different galaxy. Now, I've heard a thing or two about galactocentrism. Do not meddle in other non-human... Excuse my interruption, sir. Can you please confirm that I'm on the correct route? Yes, I confirm. This rate will reach the camp within an hour. So, continuing. Seize the void, but do not attack that which has developed its own equilibrium over millions of years. Do not consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor. But no one will be satisfied with a void, or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of scientists, who spent most of their lives idly gazing at the sky. Like me? Not at all. You are actively involved in space exploration, Doctor. Hmm. Wo ging denn der andere Weg entlang? huh. Wo ging denn der andere Weg entlang? Und ich wieder weiß, er füllen die Wege zusammen. Ja, und jetzt geht's hier lang. Aber trotzdem möchte ich mich hier kurz umschauen. Vielleicht verpasse ich ja sonst was. Okay, schade. Da hoch komme ich nicht. Bisschen doof. Darunter wäre man sicher gekonnt. Wann möchte ich jetzt nochmal zurücklaufen? Eigentlich ja schon. Oder nee, ich lasse es sein. Es sind hier auch die richtigen Spuren. Was ist denn jetzt? Es sind mir die richtigen Spuren. Keine Spuren. Was ist das? Astrogator, ich habe eine gewisse, inorganische Struktur gefunden. Es sieht aus, wie ein bisschen spikierig, metaller geworden. Artificial plants? Spontaneous growth possible with this type of structure. I've never seen anything like this. I wish I had time to run some tests. When the situation is stabilised, we will take samples. I promise. Oh. Beauty. I feel nauseous. Suddenly. Please don't touch it. We know the surface is just under half an hour. That's not it. I feel darkness. Hang on. What the hell was that? How long? What's... What's he doing? What's he doing? Okay. Okay. So what does. Ich sollte weitergehen. Oh, es gibt keine Zeit. Oh, Luna ist wieder hier gut. Setze deine Suche nach Dr. Gorski. Also kennen wir diese Pflanzen schon. Metallische Pflanzen, die organisch sind. Sehr interessant. Aber was war das mit dieser Dunkelheit? Letztlich wurde es mir so übel. Kräuter lebt. Okay, die sind wenigstens sicher gelandet. In unserem Home-Schiff, sag ich mal. Und werden untersucht. Aber übrigens, das Einzige, was mir wirklich auffällt, in der Demo sah das Spiel ein bisschen besser aus. Wenn man sich so diese Textur hier anschaut, sah das Spiel wirklich besser aus. Ich glaube, dass ich weiß, woher Gorski ging. Ich kann feststellen, dass Gorski hier war. Seine Röpe ist noch von der Slope. Das ist eine gute Zeit. Ich habe Angst, dass er das nicht herkommt. Ich habe Angst, dass das nicht herkommt. Warum hat er noch nicht? Hm. Ich gehe nach ihm. Ich habe Angst, dass das nicht herkommt. Sag mir mal eine Sache. Wenn es zu Marit kommt, werden Sie einen Grave-Tapper benutzen? Ja, ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Und was ist Ihre Meinung? Ja, das Wort. One sec. Oh, ich bin der Ende der Röpe. Ist das gut? Not at all. Was hast du gesagt? Es ging weiter und er hat es gedacht. Oh, shit. Ich kann nicht auf die Röpe erreichen. Wie weit sind die Gründe? Stückchen. Ein paar Meter. Welche Ideen? Ich kann einfach weg. Ist das sicher? Ich weiß nicht. Und Luna macht Fotos und Fotos. So, do you have another idea? Oh, will I be hanging like this until the end of time itself? There is a certain possibility, or rather uncertain, but maybe it's worth trying. I'm listening. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. Are you sure it will hold me? That I cannot guarantee. Alright, let's give it a try. I'm getting the instructions. You must guide me. One meter forward. It's still too far. I'll try one more meter then. Is the maneuver complete? You could say so. I fell from a lower height. It was a soft landing though. Yeah. Yeah. Das war doch ein Stückchen höher als gedacht. Die Drohne hat uns den Fall erleichtert. Das ist nicht von uns. Das ist von Gorski. Und die Fußspuren auch. Und... Handabdrücke. Der ist hier gelandet, offensichtlich. Naja, ich würde sagen, das untersuchen wir in der nächsten Folge. Von dein Winzabel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 13 Woah. ting persönlichen everything sie so das